Heute werden wir in dieser LivingCraft Folge nicht nur sauviel Pokers machen, wir können auch gerne liken, abonnieren, kommentieren für den Algorithmus und schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Viel Spaß mit dem Video. Leute, offscreen haben wir auch Kisten gefarmt, weil ich habe jetzt den Handcam, hallo, 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 den Stream bei Wein habe ich es schon gesehen, ich habe da ein bisschen probiert. Ich hoffe, die Lautstärke vom Mikrofon ist gut, weil ich auch alles hier ungebaut habe. Auf jeden Fall, ich habe ganz viel Gravel und so gefahren, und ganz viel Dirt, damit wie hier, also ich erzähle es euch einfach mal im Plan. Mein Plan ist, dass ich hier auf diese ganzen Waste Island, das habe ich schon verraten, auf diese ganzen Inseln hier, überall so verwastet mit so Routed Dirt und allen so richtig Dirty, dass es mal aussieht, als ob hier nichts wachsen kann. Und dann habe ich überlegt, dass wir hier dann auch noch zu einem Leuchtturm hinbauen, der dann auch irgendwie so vom Blättern und allem befallen ist. Also hier soll ich überall so ein bisschen wie Rotpilz, so in Craft Attack 9 da gemacht hat, haben wir hier auch so was ähnliches bauen. So ist halt ein bisschen umfangreicher und mein Stil. Ich hoffe, es wird was. Und ich muss erst mal das Ganze unkraften. Also Leute, ich habe alles unkraftet zu Cursed Dirt. Und jetzt habe ich meine Aufgabe, diesen ganzen Sand an der Küste zu Cursed Dirt zurücklesen. By the way, wenn ihr das hier, ich wundere, was das ist, das ist eine Decke, weil bei mir ist gerade Fenster offen, ist kalt und dann täuscht ich euch eh. Musik 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 Leute, ich bin fertig mit der Welt. Ich habe echt keinen Bock mehr. Schaut an, schaut an, was ich hier gemacht habe. Ihr müsst euch vorstellen, das wird hier noch alles, diese komplette Insel hier, wird hier voller Cursed Dirt. Und ihr müsst euch vorstellen, hier habe ich auch noch alles nochmal ersetzt. Und hier ist dann der letzte Block ausgegangen. Und dann muss ich noch das hier alles noch bauen. Also Leute, lasst ein Like da. Ich bin fertig mit der Welt. Tschüss. Musik 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 Musik